Mein Wunsch ist immer, dass die Menschen aus dem Kino rausgehen mit einem innerlich guten Gefühl. Also dass sie sagen, entweder hat es mir gefallen, also dass es prinzipiell gefallen hat, was aber dann gleichzeitig auch anregt. Dass man sich Gedanken macht über das, was man gesehen hat. Oder dass man auch, es hängt ja natürlich immer mit dem Genre zusammen, das Bedauerlichste ist natürlich, wenn die Menschen verärgert oder enttäuscht aus dem Kino gehen. Und ich glaube nicht, dass das hier der Fall sein wird.